Hallo, ich bin der Franz Schützhofer und bin seit 35 Jahren hier im Bodersdorf am Campingplatz. Der Grund, warum ich hier bin, ist denn einfacher. Der Neusüllersee und speziell hier im Bodersdorf gehört zu den besten Kite-Revieren Europas, wenn nicht der ganzen Welt. Vom Wind sind wir hier sehr bevorzugt im Bodersdorf. Über das ganze Jahr gibt es sicherlich drei bis vier Windtage pro Woche, optimal für Wassersport. Beruflich bin ich seit 30, 35 Jahren mit dem Wassersport und überhaupt mit Sport verbunden. Ich habe früher Wind-Surfboards geschäbt, auch hier am Neusüllersee gefahren und getestet. Momentan bin ich zuständig für das Design und für A&D von zwei denominierten Kiteboard-Brands, Core-Kiteboarding und Elevate-Kites. Das ist mein Arbeitsplatz, mein Computer. Das heißt, hier am PC im CAD kann ich meine Boards entwickeln und in ungefähr 50 Meter kann ich sie am Wasser testen. Es gibt sicher definitiv schlechtere Arbeitsplätze als diese hier. Dadurch, dass meine Familie sehr kite-affin ist, das spricht jedes Mitglied der Familie kitet oder betreibt Wassersport und speziell der Sohnemann im World Cup tätig war und dort unter den besten zehn Kitesurfern der Welt war, bin ich sehr viel herumgekommen. Es gibt sehr schöne Spots auf der Welt, muss man schon sagen. Also sehr, sehr schöne Spots, aber immer wieder zieht es einen hier zurück. Warum? Es ist die Heimat und es ist die Möglichkeit, zusammen mit der Familie, Beruf, Familie alles zu vereinen und hier die besten Kiteboards der Welt zu erzeugen. Der Lieblingsplatz in Bodersdorf ist definitiv hier am Campingplatz. Warum? Ganz einfach. Meine Kinder sind hier groß geworden. Mittlerweile gehen hier meine Enkelkinder herum. Hier ist meine Wohnung. Dort vorne, circa 20 Meter, ist die Wasserkante. Und um das Board von hier nach dort zu tragen, ist es ganz einfach und ich kann jederzeit, zu wann ich will, hier rausgehen und Board testen oder Kaiswerken. Es ist also nicht nur der Sport alleine, sondern die Verbindung zwischen Sport, Beruf und Möglichkeiten am Wasser, den Sport auszuüben, den man so gerne macht. Prost auf viele weitere Jahre hier im Podersdorf am Neusieler See.